Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mindcolonies in einer wunderschönen neuen Welt, yay! Ihr kennt es ja, ich und mein Glück mit diesem Minecraft. Es gab ein Update für dieses Pack, es sollten nur ein paar Mods geupdateet werden und was ist passiert? Selbstverständlich lädt meine Welt nicht mehr nach etlichen Versuchen des Hin und Her, des Aktivieren und Deaktivieren verschiedener Mods zurückpatchen auf eine vorherige Version. Hat alles nichts gebracht. Jedes Mal, wenn ich die Welt starte, eine Sekunde Bild und dann gecrasht. Tja, Pech gehabt. Ich habe mir jetzt mal so ungefähr das Wichtigste, was wir so hatten, schon mal zurückgegeben, damit wir hier möglichst schnell wieder rein starten können. Also ich habe jetzt die Schmiede dabei quasi. Ja, die sieht mir gerade irgendwie entgegen geflogen. Ich habe die Schmiede dabei, ich habe meine Eigenkass dabei, meine Rüstung. Ich habe es einfach nur Eisenrüstung gegeben, ohne Verzauberung, alles. Schade eigentlich, das schöne Mending war echt geil. Aber naja, wir werden es schon irgendwie wiederfinden. Wir haben jetzt schließlich die Roguelike Dungeons hier, von daher sollte das kein Problem sein. Meine Axt, mein Hammer und Tools halt, ich glaube, das war ungefähr so. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es, ne, mein Gott, es ist nur Eisen, es ist nur Holz, es ist nur Stein. Alles kein Thema. Hauptsache die Schmiede steht. Ach ja, ich habe noch keine Lava. Verdammt, eine Lava brauche ich auch noch. Gut, das machen wir später. Jetzt brauchen wir erstmal einen neuen Ort und zwar auch ein neues Bett. Ich brauche, tut mir leid. Oh, schön wie es laggt. Das ist ja, ist ja fabulös, ist das doch. What the fuck? What the actual hell? Irgendwie hat er gerade einiges Probleme. Wow, dieses Modpack macht ja mega Spaß und so. Nicht. Verdammte Scheiße. Ähm, diese Wälder hier gefallen mir sehr gut und da vorne ist ein Dorf auf dem Berg. Ich sehe es auch von hier. Da. Ich muss meine Karte eingehen zwischen neu geladen. Äh, ja, das ist die. Ja. Ja, ist sie. Okay, gut. Weil beim letzten Mal, als ich die erste neue Welt geladen habe, war die alte Map noch geladen und muss dann quasi erst drüber geladen werden. Ah, mal gucken, wie gut es hier läuft, weil wenn die Legs anhalten, dann wäre ich sehr not amused. Ihr wisst ja, wie ich zu Legs stehe. Kriege ich leichte, nervliche Ausraster. Was ist das da oben? Echt ein Dorf? Oh ja, das ist ein Dorf. Es gibt ja echt viele Dörfer. Das ist mir mal aufgefallen. Aber so können wir übrigens zu Hause zu essen, das ist gut. Und Dog. Oh nein. Ah doch. Rote Beete. Wie schön. Irgendjemand ist wieder mega laut, kann das sein? Oh nein. Kein Platz mehr? Kein Platz mehr. Ähm. Rote Beete. Guck mal. Vielleicht ist es mal wieder an hier. Ist ja furchtbar. Okay. Ähm. Das und das und das und... Kartoffeln habe ich. So, äh. Gibt es irgendwas zu klauen oder so? Ich brauche dringend, also möglichst schnell einen Ort, wo wir sie hier lassen, weil man halt im Mittag gerade so mega voll ist. Das ist halt eher unpraktisch. Ah, Herr Jemine. Okay, wo könnten wir jetzt bitte wieder irgendwas finden, wo wir uns schön niederlassen können? Was haben wir denn hier? Also wir haben hier Wald und Berge. Hm. Ich glaube, da muss ich mich direkt da am Spawn niederlassen. Das wäre ja... Naja. Ein glücklicher Zufall, dass wir so einen flachen Spawn gefunden haben. Das ist übrigens die erste. Also ich habe jetzt nicht geguckt, dass wir irgendeinen flachen Spawn kriegen. Oder irgendwie nette Wälder in der Nähe. Darauf habe ich jetzt so gar nicht geachtet. Ähm. Einfach nur... Eine neue Welt gemacht. Mal schauen. Aber so schlecht ist es, glaube ich, gar nicht hier. Da brauche ich nur großes Wasser. Das könnte ein Problem geben. Vorher ist auch ein Roguelike Dungeon. Ich glaube, hier ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, mein Haus würde ich dann vorerst... Ähm. Tja. Wo ist die Frage? Ähm. Vielleicht am Berghang? Huch! Ja, da kam ein Slime gedroppt. Da sollten wir vielleicht was gegen tun. Ist eher unpraktisch. Äh. Naja. Ähm. Vielleicht erstmal hier oben. Wow! Alter, Spiel! Stop it! Please! Wie wäre es mit hier? Hier lassen wir uns jetzt nieder. Offiziell. Ich claim dieses Land auf dem Namen... Chigopolis. Ja. Okay. Ähm. Dann wollen wir mal die Schmiede als erstes aufbauen. Weil die am meisten Platz wegnimmt irgendwie. Äh. Wie ist das jenes? Chicken, beruhig dich. Das war irgendwie hier vorne. Oha. Dann mal hier. Drehen, drehen. Oho. Ich muss niesen. Pffu! Pffu! Haha. Gesundheit an mich selbst. Danke. Äh. Mein Magen geht mir auch besser. Ja. So. Badrump. Badrump. Dann. Mhm. So muss das Ganze sein. Okay, das hätten wir. Die Draids fehlen noch. Genau, und dann haben wir das auch geschafft. Höpti, höpti und du kommst hier rein. Okay, so, ganz viel Eier. Okay, ähm, dann wäre Holz gar nicht mal so verkehrt. Und ein Ofen. Oh, ich habe gar keinen Ofen. Aber wir können Koppels nur besorgen. Chicken. Ähm, Holz. Tja, dann, ähm, ne? Ob wir gerade dabei sind? Wow. Das war's. Ob wir gerade, die ist ja schon kaputt. Jetzt ist sie kaputt. Tada. Ein bisschen wenig Haltbarkeit. So, gut, dann müssen wir kurz Stein besorgen. Ähm, mit unserer tollen Hammer. Können wir direkt mal ein Loch in den Berg rein basteln, weil wir ja sowieso irgendeinen Farmpunkt brauchen. Hey! Ach, komm schon, Spiel, was ist denn dein scheiß Problem, verdammte Kacke? Das kann doch nicht sein. Dass hier immer alles immer nur am Rumspacken ist. Ich hasse dieses Spiel. Schau mal, Wind. Ich glaube schon. Wind gerne wieder. Ich hasse Minecraft eigentlich. Es ist nicht nett zu mir. Deswegen hasse ich es, wie die Pest. Hassliebe. Was soll das? Hier ist kein... Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Ach, ähm, Ding jetzt. Flint. Das war die Splinters. Ich erinnere mich. Da war ja was. Gibt es ja nochmal ein Ende? Hallo. Ist der Berg hier nur... Sie stehen aus... Natürlich erwische ich jetzt... Ist der echt... Alter, was ist mit dem Berg? Na toll. Ich habe meinen Sandberg gefunden. Sondern der Berg. Ah, hier wird es stein. Schön. 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 Jetzt mach! Mann! Ich glaube, noch schlimmer als Lacks sind... Blöcke, die sich wieder hinbauen. Schnauzumagen. Ja, 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 ja. Ach stimmt, wir hatten ja noch Silk Touch, ne? Verdammt. Ja, ja. So, Moment. Ich muss mal ganz kurz glaube ich mal eine Kiste bauen. Das geht sonst so nicht hier. Oder einfach mal die Sachen hinbauen. So, hier vorne. Ach ja, äh, okay. Das, das, ähm... Das ist das. So, aber... Dann eine Kiste, irgendwie. Erstmal random stuff reinkommt. Hier, das braucht alles nicht. Fackeln, essen, dies, das, jenes. Und, genau, wir können jetzt direkt natürlich eine... 1, 2, 3, 4, 5 Öfen bauen. So, und ein bisschen was backen. Direkt mal hier den hier backen. Und die Kartoffeln vielleicht auch. Wir haben ja gerade Kohle gekriegt. Ach, die liegt ja hinten noch. Upsi. Jaja. Aber wir machen das. Warte, ich muss noch ganz kurz... Zeit ein bisschen achten. Ähm, wir machen das schon. Wir kriegen das wieder hin. Ich glaube fest daran, ich glaube an das Pack, ja. Ich glaube daran, dass es das schaffen kann. Dass es diese fiese Phase überlebt. Und dann werden wir ganz doll viel Spaß dran haben. Ich glaube fest daran, man darf die Hoffnung niemals aufgeben. Niemals. Ach, Gott. Okay. Ähm, Öfen. Und... Oh, Äpfel. Oh, schnell ein Bett bauen. Wolle. Wolle, Wolle. Und Kicks ins Bett. Ähm, hier. Alle ab. Oh, gleich geht's, dass es auch los geht. Mit dem, ähm, Ding ins Schlafen. Scheint zu gehen. Okay. Bis jetzt zumindest. Okay. So. Ähm, ich wollte meine Axt reparieren. So. Okay. Repair. Sehr schön. So. Oh Mann, oh Mann. Okay, lasse ich jetzt mal da drin. So, haben wir noch irgendwo einen Baum, der gerade weg muss? Ich glaube, der Baum kann hier noch weg. Und der da vorne auch? Dann haben wir die aus dem... Haben wir die als Baumaterial schon mal da? Pflück. Oh. Oh nein. Die ist vorher gebrochen? Hä? Hatte ich nicht. Hatte ich nicht? Eigentlich hatte die irgendwie viel mehr Hartbarkeit, habe ich das Gefühl. Beim letzten Mal. Jetzt haben wir da oben... Ah, damn. Das ist nicht so gut. Diese Hühner. Was wir auch machen sollten, ist... Chuckle. Viele Facken. So, bitteschön. Ähm. Sticks. Kohle. Wir brauchen Material, natürlich. Das heißt, erstmal buddeln gehen. Yay. Weil wir buddeln so gerne tun. Und reparieren. Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Ehrlich gesagt, mit dem blöden Baum. Scheiße. Können wir uns mal da hochbauen? Ah. Ähm. Mit Gravel zum Beispiel. Und vielleicht ein bisschen da. Oh, was ist das? Ja, ja. Und dann können wir auch direkt wieder anfangen mit dem Dorf. Aber wir müssen vorher erst Wasser finden. So, eine Kacke. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir kein Wasser hier haben. Das ist groß genug für dieses blöde Schiff. Hallo, Baum. Nu aber, ja? 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 Gut. Gut, gut, gut. Weg damit. Okay, so weit, so gut. So weit, so gut. Ich hätte meinen Shelter-Mod wieder entfernen können, fällt mir aber auf, weil ich ihn ja gerade eh nicht nutze. Hm? Weil jetzt sieht er mich auch, wenn er nicht aktiv ist, irgendwie. Sehr viel Performance eigentlich. Was eigentlich kacke ist. Von dem Mod. Hm, naja. Äh, so. Schwürbe die Wölfe. Okay, 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 ähm, Bäume anpflanzen, vielleicht, trotzdem. Ähm, ne, doch, wir haben da einen riesen Wald. Wölfe die Sache. Quatsch. Okay. Sehr gut. Mehr essen. Noch mehr essen. Und ab in den Untergrund. Na ja, fast. Ich muss nur kurz die Schaufel reparieren. Zack. Ähm, ansonsten, ja. Cupplestone kann man mitnehmen. Für Treppen. Oder wir nehmen direkt Treppen mit. Okay, dann mal ab in die Höhle. Yay. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich ein bisschen gepuddelt habe. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tickowski. Tschüss, Tickowski. Tschüss, Tickowski. Tschüss, Tickowski. Tschüss, Tickowski. Tschüss, Tickowski.